Die Scheinwerfer gehen an, der Fußboden vibriert, die Sitzreihen, die Armlehnen, meine übereinandergeschlagenen Beine. Ich schaue in meinen Schoß auf die kleine Handtasche, durch deren pastellgelben Stoff ein grelles Display leuchtet. Es ist das Handy, das ich nie ausschalte. Die Nummer, die ich nur meinen Quellen gebe. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, den Saal zu verlassen, doch es ist zu spät, die Moderatoren eröffnen den Abend. Ich spüre den missbilligenden Blick meiner Sitznachbarin, als ich das Handy aus meiner Tasche hole. Dann wende ich mich von ihr ab und beantworte den Anruf. Hallo? Silvi? Silvi, bist du das? Mir bricht der Schweiß aus. Mein Gesicht ist wie eingefroren. Das Blut sackt mir in die Beine. Kannst du mich hören? Unmöglich. Mein Bruder ist tot. Ich bin da in was reingeraten, Silvi, sagte er in einem harten Flüstern. tailg young zum währenddream.